Anna-Karina Wojciak, aus Rasta auf Schlagerschiff? Eine Seefahrt, die ist lustig. Von wegen. Auf der Schlagerseereise von A-Teams mit der Costa Deliciosa soll es jetzt zu einer fatalen Begegnung gekommen sein. Wir können gar nicht glauben, was uns dazu getragen wurde. Schlagerstar Anna-Karina Wojciak soll sich spätabends mit einem Fotografen angelegt haben. Pöbeleien, Anschuldigungen, böse Worte, so berichtet es zumindest die Freizeit-Revue, die morgen erscheinen wird. Laut des Artikels soll es sich Anna-Karina Wojciak am späteren Abend noch auf einem Deck gemütlich gemacht haben. Dann sei ein Fotograf erschienen, der bekannt dafür ist, mit Wojciak-Ex-Mros befreundet zu sein. Plötzlich sei die Lage angeblich eskaliert. Kaum zu glauben, aber Anna-Karina Wojciak soll laut geworden sein, soll den Fotografen beschimpft haben. Eine unschöne Situation für alle Anwesenden, falls sie wirklich so passiert ist. Die Freizeit-Revue habe mit Augenzeugen gesprochen, aber warum es zu der angeblichen Auseinandersetzung kam, ist nicht bekannt. In dem Blatt wird vermutet, Anna sei eifersüchtig, weil der Fotograf kürzlich schöne Fotos von ihrem Ex-Mann Stefan Mross und seiner neuen Freundin Eva Luginger, die übrigens mal eine gute Freundin von Anna war, gemacht haben. Aber das sind alles Spekulationen. Wir können uns ehrlicherweise gar nicht vorstellen, dass sich Anna-Karina völlig grundlos mit anderen Menschen anlegt. Wir sind gespannt, ob sie sich dazu äußern wird und hoffen, dass diese Geschichte nur ein Missverständnis war.